Ich bin hier im Hamburger Rathaus und gerade haben wir unsere hochrangige Konferenz zu den Flugverspätungen beendet. Und wir haben gemeinsam beschlossen, gemeinsam heißt Industrie, Flughäfen, Flugsicherung und Politik, dass wir ein ganzes Paket von Maßnahmen machen wollen, damit sich die Ereignisse aus diesem Sommer nicht wiederholen. Und ich möchte exemplarisch drei Dinge nennen. Das erste ist die Integration von Flugzeugen und von Crews aus der Air Berlin-Pleite. Das ist immer noch eine große Herausforderung, aber die Airlines haben uns zugesagt, hier energisch nach vorne zu gehen. Das zweite Thema ist der Flugraum, der einfach vollständig dicht ist. Und die deutsche Flugsicherung wird jetzt alles, was sie an Kapazitäten zur Verfügung hat, nutzen und auch die Ausbildung von neuen Fluglotsen bis ans Maximum heranführen, sodass wir hier deutlich besser werden. Und das dritte Thema sind die Flugsicherheitskontrollen. Hier ist auch verabredet, dass wir möglichst schnell in einen Modus kommen, dass Flughäfen das selbst organisieren können, sodass sie hier flexibler werden und auch vielleicht effizientere Verfahren einsetzen können, um diese teilweise unkalkulierbaren Schlangen von den Sicherheitskontrollen zu entschärfen. Ein Punkt aus unserer Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums, der sehr wichtig ist. Wir investieren mit dem Luftfahrtsforschungsprogramm mittlerweile in der sechsten Version sehr stark jetzt in das Thema Digitalisierung und eine Technologie, die nennt sich Predictive Maintenance. Das bedeutet, dass in den Maschinen, in den Flugzeugen Probleme schon angezeigt werden, bevor die Teile tatsächlich final kaputt gehen, sodass man bestimmte Komponenten dann halt einfach schon Tage vorher in der Nacht austauschen kann, ohne dass es zu ungeplanten Unterbrechungen kommt. Und das ist auch unser aktiver Beitrag, um hier die Zuverlässigkeit der Flugzeuge zu erhöhen. Wir werden das gesamte Thema nicht kurzfristig lösen können. Dafür ist der Vorlauf für viele dieser Maßnahmen zu lang. Aber wir werden das Problem lösen und wir wollen dahin zurückkommen, dass der Flugverkehr so zuverlässig wird, wie es die Passagiere erwarten und noch erwarten können.